3, 2, 1 Ich sprühe jetzt, ich sprühe jetzt Scheiße, geil Langsam Wo ist das Tattoo? Ja, hier Das bleibt drei Wochen, meinte die Erstmal High Five, heute ist ein geiler Experimententag Wir haben drei krasse Experimente vorbereitet Drei Experimente, Freunde Das erste Experiment Eines wird Boom machen, eins wird Ssss machen Genau, so drei verschiedene Kategorien Ich würde sagen, wir bohren erstmal die Kulisse auf Warte, warte, warte Die echten OGs, die wissen Bescheid, Alter Die echten OGs Aber nur die echten OGs Das fängt mit M an Und endet mit Mikrowelle Ich schwamm alles, Freunde Wie war das gerade von einer deutschen Frau abholen? Willst du jetzt was gegen Deutsche sagen? Nö Ich fand die echt korrekt Hör mal, mein Freund, ne Ich fand die echt korrekt Eigentlich bin ich der Deutsche Hör mir nochmal zu, Mensch Und ich fand das auch nicht gut, ne Dass überall die Tiere verstreut werden In jedem Bauernhof Ey, Freunde Ich hab Angst, ich hab Angst Freunde Sagen wir ehrlich Wer ist ein OG? Und kennt noch das Mikrowellexperiment Wir gehen natürlich auf Ich meinte, hier ist ein Loch irgendwo Warte mal Du musst doch einfach nur drehen Warte doch Ey, ey Da ist ein Buch drin 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 Danke dir, Baby Ich erklär euch das mal, Freunde Wir packen erstmal ein Ei hier rein Und dann dieses Ei Wie nennt sich das? Es enthüllt sich einfach Dieses Ei, was wir hier reinpacken Während es sich dreht und warm wird Das enthüllt sich nur Ja, ich mach das ja Nein, Chris Pack doch einfach diese M-Eier rein Das sind natürlich Bio-Eier Wir sind natürlich Dicken-Tiere, ne Ey, ja Pack erstmal ein, rein Ne Freunde, wie heißt die Mikrowelle? Könnt ihr euch noch erinnern, wie die Mikrowelle heißt? Da wissen nur die OGs Die OGs Undertakers Okay, Thomas Müller Was machst du denn? Ich hab dir nichts gemacht, ey Boah, hör doch mal auf Ich bin doch gerade nicht am Fulventil Ich mach das doch ab, du dummes Kitter-Ei Das ist Eis runtergefallen Nee, das braucht einen Stand Nein, was für ein Stand, Junge Das bleibt doch da liegen Nee, nee, nee Ich hab doch Ahnung, was du Experimenten Mensch, Alter, ja Leg das einfach da hin Okay Okay Okay, warte Okay, let's go to Party, Alter Okay, jetzt geht los Ey, 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 ey Ey, so Halt das schon mal bereit Nein, Nils, nicht rausziehen Nicht rausziehen, nicht rausziehen Ohhhh Ich hatte gar nichts fest Du machst das Ey 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 Hä? Popcorn? Popcorn Ey, der ist geplatzt Der ist geplatzt Ey 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 Ey, warte mal, wo ist die Eierpackung, ja? Ein Ei reicht doch nicht, Junge Ein Ei reicht doch nicht Boah, riecht das lecker, ja? Chill doch mal, Junge Mike Chill doch mal Was? Mein Gott, Bruder, hast du ein bisschen Hol doch mal Luft, Junge, ja? Was für eine Luft, Alter Jetzt geht's los Hä? Jetzt geht's los Jetzt geht's los Seey obey Seey obey Seey obey Seey obey Seey obey Mann, hör doch mal auf, Junge, ja? Mein Gott, Junge Mann, hör doch mal auf, Junge, du Spassimakan, ja? Zettemule, Junge, ja? Mein Gott, ich hau dir gleich ein Ei ausm Arsch Thomas Nein, hör doch mal auf, Junge, ja? Okay, okay hey AHH Oh mein Gott, Да hör doch mal auf, Junge Mhm, okay OMG, OMG OH MIANG WUHUUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU treffa In Morling Frozen EEC Wollen wir mal Stopp machen? Wollen wir mal Stopp kurz. Noch eine Runde! Noch eine Runde! Noch eine Runde! Jetzt! Jetzt Shit! Das ist falsch. Der ist auch geplatzt. Ey! Der ist geplatzt, aber das Geräusch hat 10 Minuten. Oh mein Gott! 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 Hey Sammy! Geh! Geh! Nein! Doch nicht! Doch nicht! Doch nicht! Hä? Nein! Nein! Meine Frise! Ich glaube die sind schon geplatzt alle. Meine Frise! Mein Gott! Ja! Du bist die Kon-Man! Freunde! Mit dem... Hast du nicht noch ein Ei? Du hast doch ein Ei gehackt! Du hast doch einen da drin gelassen! Nein! Du hast doch einen genommen! Einmal noch! Einmal noch! Einmal noch! Ey jetzt 35 Grad! Das ist kein Grad! Doch, doch, doch! Das sind 35 Minuten! Psch, 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 psch! Chat! Letzte... Letzte 30 Sekunden! Ah! Das presst! Das presst! Das presst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey die Platz! Die Platz! Die Platz! Die Platz! Sammy! Sammy! Die Platz! Die Platz! Die Platz! Die Platz! Immer ein Arschloch! Die Bahn brennen! Freunde was jetzt kommt, haben sich sehr viele gewünscht und haben uns privat geschrieben. Dafür brauchen wir auch die Plane, weil jetzt wird es sehr, sehr spritzig. Freunde! Zweiter Experiment! Es fängt mit K an und hört mit... M auf! K. M. Oh mein Gott! Zack die Moodle everybody! Waddi sommer! Sag mal echt! Baust du da einen neuen Ton oder was? Ey! Hä? He? 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 He?? Das ist was sehr Leckeres! Und dann schütteln wir auf Jones' Kopf! Ey! He?! Even I know! Das ist die K.O.Mending Challenge! Ne? Guck mal! Guck mal! ganz wichtig ne das muss genau du musst auch ein stuhl holen nein das ist zu nah du musst das von hoch machen sonst geht das nicht okay 3 warte warte 3 2 1 warum sollte ich nach hinten gehen klar fällt das dahin noch eine runde freitag samstag und sonntag also von freitag auf samstag und von samstag auf sonntag ist unser nächster schlaf stream es ist ein helles special wir sind nicht ein tag ins schlaf stream sondern das ganze wochenende das von freitag bis sonntag durch schlaf stream also wir starten ins 27 uhr machen paar sachen schlafen wieder stehen morgens 10 uhr auf stream beendet und am samstag das gleiche noch mal alter herr everybody go for fighting 3 2 1 ja 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 ich hoffe einer hat einen clip ja pauset diesen clip überall freunde auf tiktok markiert uns ey bitte ich will den clip sehen haha bitte einer hat einen clip ja mach doch mal clip junge ja alle schreiben eins die habt einen clip ja ja komm komm ok 3 2 1 mann 3 2 1 mann du bist einfach du hast einen fett Schädel bruder nein mann du machst das falsch du musst so ja das weißt du du kannst loslassen ja das weißt du ok 3 2 1 1 1 1 1 1 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, du Schickröhn die Siegenbräuer, bei der Ey Freunde, wir sind alle Genies, ja? Hörst du, wo meine Finger drin sind, da klappt immer alles Ja, danke, dass der mir hilft Ja Oh mein Gott Hol mal die Tüte, was wir alles brauchen Ah, du Spasti Ah Freunde, wir haben extra am Tisch Das wird jetzt am Tisch gemacht Das nennt sich der Ich weiß, wie der nicht sich den nennt, sorry aber Ähm, ähm Als ich sieben Jahre war, kam mein Vater zu mir und steckte mir einen Tick-Tack in die Nase Ich sagte, ey, was machst du da, ich zieh dir deine Haare und komm mal hier Alufolie Essig Backpulver Gucken wir, ob wir ein kleines Glas noch haben Freunde, ganz wichtig Wir sind natürlich Stuntsmen Macht bitte nix zu Hause nach Wir sind dafür geprüft, wir haben einen Orden, ehrlich Und ähm, da muss ich euch leider enttäuschen Dieses Experiment Ohhhhh Vertraue mir doch mal Ich vertraue nicht, ich gucke wie das aussieht Gib mal her Vertraue mir doch mal Guck mal wie das bei dir aus, ich schwöre Du machst das so stramm, der Teller geht doch hoch Boah, bitte ja Lass doch mal eine Strasse sein Lass doch mal deine Finger vor uns da weg, Junge Du hast doch grad gesagt, das muss stramm sein Bruder, aber nicht überm Teller, Mann Das muss gespürt sein Bruder, bitte ja, du hast doch keine Ahnung, Mann Ich hab doch grad Videos geguckt, bist du doof? Aber was sagst du, warum sagst du, das muss gespürt sein Muss nicht Hast du doch mal grad gesagt Ja, damit die nach dem Wolfhard aussehen Halt da mit Kresse Nein, 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 nein Da muss ein Loch sein Chill doch mal, bitte chill doch mal, hast du eilig, Bruder, es läuft hier ne Stoppuhr oder so, Junge, ja Mein Gott Was? Ach mein Finger Ja, okay Nein, 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 mach doch so dran Freunde, ich schwör auf alles, was wird ein Experiment des Jahres, ja Lokalt-Experiment Ja, denn das sieht scheiße aus, sonst du bist doof Ja, das sieht scheiße aus Freunde, in der Bedienungseinleitung steht, man soll drei Packungen rein tun, was für kleine Kinder Warte, Kinder, Erwachsene, heißt wir machen... Alle Nein, alles ist zu viel Nein Oder nicht, was hier passiert, Bruder, ja Was soll passieren? Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab! Oh, die Jumas Jumas, Jumas, Guni Jumas Mach ne Fack auf, Freunde Oh, die Jumas Oh, die Jumas Ja, Pille, Mann, Otze Pille, Mann, Otze Auch schon Mein Gott, ja Du siehst doch, dass ich vor dir am Werk bin, warum machst du Nerven, Mann? Was machst du denn da? Kümmer dich schon mal um die Mische Wir müssen nämlich eine Mische machen, Chat Freunde, wir sind natürlich wirklich Stars-Männer, also wir haben Orden dafür Wir haben damals, waren wir Scooty-Männer Ah Okay Ja, Bruder, wie viel Wasser denn? Da steht doch ein ganzes Glas Ja, aber da muss doch noch Spülmittel und so rein Warte doch mal Drei Warte doch, bitte, warte doch, ja Was machst du da? Mein Gott, warte doch, Junge Was machst du da? Ich mach noch Essig dazu, Chat Jetzt geht die Party ab Drei 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 Ey, hör auf, hör auf, das reicht doch Das reicht doch, das reicht doch Das reicht, das reicht Das reicht, das reicht Dürre, Fulkan Ey, die Plane, die Plane, die Plane Die Plane Hör doch auf, Junge Hör Mein Gott, Junge, von der Die Plane Die Plane Schnell, schnell, schnell Schnell, schnell, schnell Zill, zill, zill Zill, zill, zill Zill, zill, zill Zill, zill, zill Jaaah 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 Ey, was ist das? Tabi, reicht doch Mein Gott, er war der Kidabra Simsalabim Ja, Vulkan Geh mal, mach das mal zur Seite Ah, das geht auf mein Fuß Ey, nicht, dass ich sterbe Das geht auf mein Fuß, Tabi Oh mein Gott Hör doch mal L zu sagen Das ist nicht cool Hör doch mal L zu sagen Das ist mehr als L Oder alle hier L L L L L wir sind wichtig waren warum packst du strom in wasserster Mach doch einfach rein, du Möge! Ich rauf alles nicht, ich mach das nicht, du weißt was, aber komm ich kurz schluss, bist du so... Ah Junge, Alter, wer sagt denn das? Da ist doch Wasser drauf! Hier doch, mach ich sein! Ich bin wendig, ich bin weg. Mein Name ist Jordan. Und das war vielleicht mein letzter Tag. Ey, damit macht man keinen Spaß! Ehrlich? Ich schwöre! 3 2 1 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sammy! Spaß! Ah, ich hab mir weh getan! Ah! Okay, dann machen wir im nächsten Experiment. Nächstes Mal, wenn wir das machen mit Alufolie. Freunde, eine Angst in dem Chat, wenn ihr Bock habt, dass wir öfter solche Experimente machen. Wer hat das denn schon mal gemacht? Okay, ein Experiment hab ich noch. Was denn? Strohhalm, jeder muss einen Schluck trinken. Bist du doof, Mann? Das ist Essig, Backpulver. Boah, Essig wird mir zu sauber machen, weil es wirkt wie ekelhaft das ist, Mann. Schlürfen! Das ist doof, ne? Ich schwöre, du bist doof. äh! Freunde, ich hab Manche haben das schon mitbekommen Ich hab einfach Vielleicht, ich hab mit ihr auf Instagram geschrieben Ein Date mit einer Oma Und Sammy hat gesagt, er unterstützt euch bei dem Date Und dann kam er auf die Idee, dass wir das vielleicht live streamen Eine Eiz in den Chat, wenn ihr Bock habt Dass ich mein erstes Date mit der Oma Habt und richtig so mit Essen Trinken, so Habt ihr generell Bock auf IRL? Heißt das IRL? Auf jeden Fall Wir brauchen gerade ein richtig teures Equipment Womit wir überall in der ganzen Welt streamen können Das heißt, alles wird draußen Was? Okay, wirklich Darf ich nicht reden, du Schweine, Alter? Ich schwöre euch, ich mach eine, 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 eine Mit, 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 mit Irgendeiner Chick, die ich auf Alles Bums auf Eis Und ja Der Sammy ist ein Hund Egal, egal was ich mach Ich bin mehr du Cool, herr, pop, pop Geil, krieg ich los Ey, Freunde Na, warte Na, achtet in den Chat, wenn ihr Bock habt Dass wir IRL-Street machen Egal wo Wir gehen Kletterpark Wir gehen Skilading Training Wir gehen Karate Training Wir gehen in andere Länder Wir fliegen mit euch nach London Wir gehen mit Oma Wir gehen mit Perl Ich muss doch erst ausreden Dann machst du das Wir gehen mit zwei Frauen auf ein Date Wir gehen in andere Länder Ja, du musst immer machen Wir gehen in andere Länder Wir machen coole Sachen Reicht, das war's auch Können wir auch nicht machen Mit diesen Scheiß-Equipment Ich schwöre Boah, wir können so viel machen Guck mal, was in der geilen Zeit noch kommt Mit der Friede Sachfreunde Morgen 20 Uhr sind wir wieder live Ein Applaus War ein geiler Stream, herrlich Und nochmal für alle OGs, die noch drin sind Das ist nur für euch Wo ist die Ihr könnt uns gerne nochmal auf Instagram abchecken, Freunde Und wenn ihr Wenn ihr Ey, ich rede doch gerade auch was, Junge Und wenn ihr Ideen habt, was für Freitag und Samstag Wenn ihr diesen Schlaf-Streams machen könnt Könnt ihr uns das gerne sagen Du Schwein, Alter Wenn ich rede, dann hast du mich nicht so unterbrechen Wir sind jetzt morgens um 20 Uhr Wir sind morgens um 20 Uhr Wir sind morgens um 20 Uhr